Hey Leute und herzlich willkommen zu Ahn Schatte 3, Kapitel 19, Siedlung. Nach tagelanger Marschiererei durch die Wüße etlicher Hannolisationen und eine komische Stimme haben wir jetzt endlich ein kleines Dorf gefunden. Es scheint zwar verlassen zu sein, aber vielleicht finden wir noch eine Wasserquelle. Und ihr seht schon, hey, geht es schon wieder richtig gut. Er kann wieder klettern, rollen kann er dafür leider noch nicht, aber... Ah, der ist noch ziemlich wackelig auf dem Bein. Aber der hat ja auch ziemlich viel durchgemacht, ja. Am okay. Und da ist wieder ein Schatz und... Ja. Es wird nicht angezeigt, was für einer. Ja, okay, geil, finde ich gut. Super. Okay. Ah, okay, eine Münze. Boah, ist das spät. Da im Brunnen ist da noch was drin. Nein, nicht. Alter, ich wollte mich festhalten, ging aber nicht. Ach, schweckt das aber auch echt nur Pesch. Ach, Mist. Nicht trinkbar. Boah. Ey, ich will... Ich will es nicht drauf geben. Ah, das war's. Und da kann ich wieder rollen. Also... Äh. Aber ich hab doch schon gedacht. Die sahen nämlich schon so... So komisch... Und gut zum Kletter geeignet aus. Und... Er hat wieder Kraft. Wir können uns auch wieder schön rollen. Ah, guck mal, ob sie steint hat. Ach, ne, Leute, oder? Ich brauch ne Knarre. Okay, äh, ja, geil. Ähm, wir brauchen uns zu... Erstmal ne Waffe und... Jawoll. Geil. Wo war gefangen? So, jetzt... Jetzt... So. Okay, jetzt mal... Hier mit den Scheißkranken... Ja, die ich dann wieder zurückwerfen kann. Wie viele sind denn das? Fucko. Alter, Mann. Das schild meurer Scheißleben. So. Lade schneller nach. So, der ist tot. Und hier ist schon gleich der Nächste, der sterben will. Nein, du bist tot, Kumpel. Halt doch deine Fresse, ne? Boah, leck um ihr, Alter. Hier. Ja, nein, stepp nicht, stepp nicht. 100 Kopfschüsse, geil. Die ist bis zu weit weg. Okay. Geil, okay. Wir haben wenigstens ein paar Granaten. Oh nein, nein, nein. Achtung. Ist der tot? Ja, gut. So. Okay. Ach, Mann, wie viele sind denn das noch? Und noch einmal. Könnt ihr mal schillen? Ey, wo sind denn die? Ich weiß auf jeden Fall, dass es hundertprozentig mehr wie einer sind. Weiß ich jetzt schon. Aber wo? Ah, Wayne. Wir sollen wohl erst Flugzeug suchen. Ah. Ich wette mit dir, die wissen schon. Richtig so. Ah, ich hab keine Granate mehr. Scheiße. Und auch noch sauge in die Zone. Mit einer Pistole kommt man auch bei. Und so hat das mit so einem geilen Kopfschuss. Boah, ja. Ich schuld mir jetzt heute mal eine Granate, ey. Und wehe, ich find keine. Ja. Ich brauche eine Granate. Ich schuld. Das ist so ein Spasti. Jawoll. Jetzt hast du jetzt mal eine geile Waffe. Du regenerierst das wieder. Wo haben die mich gesehen? Da kann doch kein... Okay, das kann ich jetzt... Fick dich. Fick dich zweimal. So. What the fuck? Ich weiß grad gar nicht mehr, wo ich bin und was ich machen muss und wer hier noch alles so ist. Ich weiß nicht, ob das wieder zu passiert ist. Jetzt nicht mehr. Ach, das war's schon. Ach du Scheiße. Ja, ein Scheißdrick, das war's schon. Ihr findet mich niemals. Das könnt ihr vergessen. Okay, ja. Da hat man mal ein ruhiges Kapitel, geht gleich sofort wieder die Action aus. Das sieht doch sehr nach Klettereien aus, also. Hier. Ey, komm halt schon mal fest. Boah, konnten das keine netten Leute sein? Welcher Spaß, sie schießt mich ab, sag mal, sind die alle behindert? Hier, ja komm, sag dich. Ich weiß nämlich jetzt, wo du steckst. Ja, und jetzt mit, ähm, jetzt mit deiner Tür nachladen, gell? Immer doch, immer doch. Man muss du ausrechnen, jetzt nachladen, wo es am behindertsten ist. Naja, okay. Ey, guck doch mal, da muss man, guck doch mal, da muss man sich festhalten können, das wird sogar ich schaffen. Er ist weg. Ich bin nicht weg, du hier, ich bin immer noch hier unten. Ich hab ne Idee, man kann doch bestimmt da drauf, oder? Jetzt steigt du, äh, echt? Oh, Leute, ich wär schon dreimal da hochgekommen. Und da ein Schatz. Ein Räger, cool. Ich wär schon fünfmal da hochgekommen. Ach man, nee, jetzt muss dir irgendeine Weise gehen, die richtig ist. Tipp. Wenn ich auf die Stütze schieße. Ja, aber nicht mit der. Woll ich mich verarschen? Ja. Geklappt. Geht doch. Du musst es irgendwo rausgehen. Ist mir grad scheißegal, was das war. Interessiert mich scherzisch wohl nicht. Boah, wenn ich schon... Boah, wenn ich schon das hier sehe. Leck... What the fuck, Alter. Schilt mal euer ganzes Leben. Das wird langsam lächerlich. Ja, find ich auch. Das mal ganz im Ernst. Obwohl, jetzt wird's langsam geil. Ja, jetzt kommen natürlich keine, ne? Na klar, komm. Ich hab genug von diesen Säcken. Es geht los. Verrecke. Oh, Dreck. Fuck, man. Kann man auch so scheiße wegschleudern, ey. Boah, jetzt hab ich schon so geile Waffen trefften. Fuck, wohl mal noch nicht. Ja, ja, genau. Ich weiß auch mal... Du bist der schlechteste Schütze, den ich jemals gesehen habe. Ja, zwei... Ja, jetzt geh doch mal. So, dass wir ein Ding sprachen. Jetzt verpiss dich. Alles wird gut, alles wird gut. Wenn du dich jetzt duckst, wird alles gut. Duck dich. Ach, du kannst dich hier nur hinzulücken. Ach, kein Plan, wo du es. Leck mich doch a la Marsch, gell? Hier ist ne Säule, geht doch. Ich hab überhaupt keine Produktion mehr und ne Scheißwaffe. Und der kommt wieder mit so einer... Oh, die ich natürlich nicht zurückwerfen kann. Alter, könnt ihr die mal auch so schmeißen, dass ich die wieder zu euch werfen kann. Das wär ziemlich nett. Ja, egal, der ist tot. Das ist mir schon egal. So, wir, du hast keine geile Waffe. Geht doch. So, und du, du stirbst es nicht. Rückzug. What the fuck, what the fuck, what the fuck. What the fuck, what the fuck. Das ist ein Schatz, geil. Die Kette, gut. Okay, ähm, wir müssen es etwas langsamer machen, wie ich dachte. Ah, ich weiß eh nichts, weil ich jetzt schon... Ich hab doch so viele Granaten. So, und flieg. Geht doch. Weck. Meine Fresse, ey. Nein, du stirbst nicht, du stirbst nicht. Laufschütze, gut. Ich hab zwar keine Ahnung, was das war, aber ist mir auch scheißegal. Boah, what the fuck, man. Zuerst den hier. Riecht sich den ganzen Zeit auf. Okay. Ich brauche eine Pistole, äh, Alter. Ja, ist gut. Klar, weil ich die Waffe... Jetzt doch einer. Woher kommt diese Scheiße? Alter. Man ist doch noch... Muss die auch mal schmeißen, oder? Also zeigt euch mal. Geil, dass ich keine Muni mehr hab, ne? So, ist aber... Ja, lauft doch genau da rein, gell? What the fuck? So, da... Da sch... Da schießt doch einer von. So, jetzt kann ich wenigstens... Ich will jetzt endlich wissen, welcher Spacko das ist. Du, kleiner Huhn, so. Das ist die ganze Zeit. So, gibt das. Das ist... Viel einfacher. So, du hast bestimmt noch Granaten, oder? Ne, du hast ja die ganzen Granaten... Äh, verschwendet bei... So, jetzt wird's wenigstens zu lustig, ey. Weißt du, was? Ein Schuss... Und den soll ich hier haben. Man weiß mir jetzt scheißegal, ob das Munitionverschwendung war. Ne, ich ball die geile Waffe. Ich ball immer noch die geile Waffe. So, endlich. Oh mein Gott, ja. Hm, der Teil könnten zwei Teiler werden, aber... Ich glaube, mit dem ganzen Geschneide muss ich mal gucken. So. Wenn hier noch irgendwelche Basten sind... Natürlich. Boah, Mann, ist jetzt eben so gut, aber dann hat man schon einen Scheißfehler gemacht. Oh, Mann, dann hier noch eine. Und der sitzt. Dann sitzt der halt, wo auch immer der herkommt. So, zuerst mal... So, meine Fresse, ey. Oh Mist! Jo, jetzt schildt alle mal, ey. Du stehst nicht mehr auf. Ich sag dir, du stehst nicht mehr auf. So. Fuck, Alter. Jetzt beruhig dich. Ich beruhig dich. Und mir irgendein Scheiß... Geld kommt darauf, in irgendeiner Richtung zu schießen. Das du nachladen musst, das war dein Fehler. Und du mit deinem Leben ist zahlt hast. Du wirfst nichts. Du wirfst... Komm. Geht doch. Geiler Headshot übrigens. Mal wieder von mir. Ich... Ich werde auch ein Head... Nein, Mann, falsche Seite. Nein, nein, nein. Boah, Alter. Jetzt mehr ist Shit. So, da. Genau da will ich dich haben. So. Okay, jetzt wieder da. Junge, wenn du stirbst... Das macht mir gar nichts. So. Kleiner Pidophil. Ja. Weißt du? Kommt der Tipp, wenn da eine Granat fliegt? Wollen wir mich verarschen? So, dann kommt da so ein Scheiß-Tipp, wenn ich eine Granate zubekomme. Und dann kann ich natürlich nicht trennen, ey. Mann. Boah. Ja, die trifft mich auch nicht. Alter Schwede, ey. Ich bin gerade ein bisschen angepisst, weil er in so ein Scheiß-Tipp kommt und dann wird diese Spastende Granate. Genau so eine. So, jetzt bist du mal einer unten leise und wenn nicht, dann ist mal ein Geschenk für dich. Dann wollen die mich alle verarschen. So. Hallo. Wollen die mich verarschen? Ich werfe eine Granate zurück und stirb. Und sterbe. So, die spielpisten ich gerade mal so ein bisschen an. Aber nur ein bisschen, ey. Meine Fresse, ey. Alter, verpiss dich. So. Boah. Jetzt komm, du Feigling. So. Du, der lebt, der lebt, der lebt, der lebt, der lebt, der lebt irgendein Verarschen, und dann nur werbst keine Scheiß-Granate zu mir. Meine Fresse, ey. Ich habe mal die Schnauze ein bisschen voll. Sorry, dass ich gerade so müde bin, aber... Es sind Sachen passiert, die durften einfach nicht passieren. Und dafür habe ich aber ziemlich viele Headshots gemacht. Und dann auch die Trophäe bekommen und du bist schon mal weg. So. Und da ist es hier hinten. Dieser kleine Feigling, ey. Das ist so ein kleiner Pisser. Komm aus deinem Versteck raus. Okay, ich mach... Eigentlich... Ja, genau. Kommt, ja. So. Alter, und wenn dieser Hohenboden sofort aufhört, damit zu... Alter. Nee, ich kann es vergessen. Ah, scheiße, ey. Ah, hätt ich die Stützen, egal. Jetzt komm, mach. Boah, fettig doch alle, gell. Stimm. Er ist natürlich noch nicht tot. Warum auch? Aber ich bin gleich tot. So. Beruck dich, beruck dich. So. Halt deine Fresse, Drake. Halt einfach mal deine Fresse. Ja, ich kenn den Scheiß-Tipp. Boah, was ist das mal ne anständige Waffe? Granat... Äh, geht doch. What the fuck, Alter. Sind die alle... Sind die eigentlich alle ein bisschen geschissen? Ja, ja, genau. Haben die alle zu viel getrunken, oder so? Achso, ich hab das lieber vor. Boah, wenn dieser Hohen so ein Schlecht aufhört zu schießen... Oh nein, nein, nein! Wenn ich jetzt... Yes! Du... Du... Du lebst! Lebe! Und was hat das... Was hat das... So. Danke. Danke. So, jetzt ist alles viel ruhiger und viel geschilder. Ja, natürlich. Ja, natürlich, ich treffe auch noch nicht. Ich schieße ja auch noch über den. So, lecke mir, Alter. Na, das ist so ein Riesenspaßweh. Weil das ist meine Granate und wenn, danke. Ah, ich weiß, wo der Riesenspaß ist. Ich komme da aber nicht hin. Ah, ein Schatz. Und... Na, keine Ahnung. Jawoll, kann ich mit der Ziel? Nein. Oh, ich darf mal gehen. Oh, wir sind so ein Spastig, ey. So. Jetzt gib mir die Magnum, Alter. Yeah. Das ist geil, ey. Ne Sass und ne Magnum. Jetzt gibt's ab. Jetzt gibt's ein Stück. Jawoll. Jetzt gibt's ab, ey. Okay. Ähm, ja. Jetzt geht's ab, wenn ich den Weg kenne. Oh, cool, dass da zufälligerweise genau ein... ...faktisch nicht, wie der da hinkommt, aber... ...ich dachte, ich wäre tot, Junge. ...ich hätte, ich hätte euch... ...auch, wenn die Waffe so geil ist, entschuldigt die. Oh Mann, ist das heiß. Ja, ich... ...ich koch vor Wut. Äh, ich meine vor Hitze. Ich koch vor Hitze. Ich meine, mit Wüten... Nein. Och, Leute. Och, wollt ihr mich verarschen? Wollt ihr mich jetzt ernsthaft verarschen? Das kann auch wohl nicht euer Ernst sein. Oder theoretisch... Ich hab ne Idee. Egal, wie lang das Video ist... Ach, keine Ahnung. Scheiß drauf. Ich spiele jetzt weiter. Ich meine jetzt keine Pause. War besser, da ich keine Pause gemacht hab, denn... Verstehst du? Was? Was? Ich versteh dich. Nein, 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 nein. Ich schieß... Ich schieß mit. Sag mal, sind die jetzt eigentlich... ...die helfen? Ja, geil! Ja, das ist ja mal geil. Ich glaub, die soll ich nicht. Wo? Jetzt... Reite. Ja, ich... Okay. Wohooo! Weiß was? Nimm das! Scheiße! Ich hätt mich grad mit meiner eigenen Granate gekillt, Junge, alter, danke, und wir reiten hinaus, wie geil ist das denn, das ist geil, das ist richtig geil, so Leute, Kapitel 20 oder wie sieht's aus, boah, das war jetzt mal richtig geil, ich wollte grad schon ne Pause machen, weil ich dachte, dass es so weitergeht, und ich hätt auch echt keinen Bock mehr gehabt, ach mal, das ist so ne Wende, ey, das Spiel hat einfach Höhen, du bist fremd hier Amerikaner, hast du gut erkannt, ihr gehört hier nicht her, ihr alle, ich lebe noch, wieso habt ihr mich nicht umgebracht, das wäre unhöflich, sehr nett von dir, danke, du warst in Not, auch ein Feind braucht Nahrung und Schutz, bist du mein Feind Amerikaner, nein, nein, Drake, mein Name ist Drake Salim, ich bin hier der Scherif ich will nicht aufdringlich sein, Salim, aber ich brauch ein Pferd, ich kann dir allerdings nichts dafür geben, willst du die Karawane allein angreifen? du weißt davon? meine Kundschafter folgen ihnen seit zwei Tagen was macht ihr hier? was wollen die Engländer in der Rubalkali? sie suchen die verlorene Stadt Ubar ihr haben die Säulenstadt mein Freund ist ihre Geisel, nur er kennt den Weg dorthin wenn sie Iram finden, ist er wertlos für sie, sie töten ihn wenn sie Iram finden, sind wir alle tot vor dreitausend Jahren war König Salomon der Herr über die Djinn Dämonen aus rauchlosem Feuer bis sie sich wehrten er sperrte sie ein in ein Messinggefäß und warf es in die Tiefen der Stadt Iram wurde zum Ort des Bösen verflucht von den gequälten Seelen der Djinn sie dürfen die Stadt nicht erreichen wenn sie die Macht der Djinn entfesseln wir haben also nicht viel Zeit, oder? nein aber es sind zu viele, wir können sie nicht gleich angreifen heute ruhen wir gute Idee morgen erreichen sie die Schlucht dann greifen wir an ok gleich morgen früh ok jetzt haben wir wieder bisschen Geschichtskunde kommen und jetzt wissen wir auch was sie wollen und Kapitel 20 Karawane dieses Pferde Kapitel seht ihr aber leider in der nächsten Folge ja tut mir leid es ist gerade so spannend man muss es halt beenden wenn es am schönsten ist ok bis dann Leute ciao